Einen wunderschönen guten Morgen! Muss das sein? Papa, guck mal, heute als von der Leyen. Den ganzen Tag zu Hause rumzusitzen, ist schon schlimm genug. Sei froh, dass jemand am Frühstückstisch sitzt, der dir in diesen schweren Zeiten Halt und Orientierung gibt. Also ehrlich gesagt, ich bräuchte das auch nicht. Aber ich! Es heißt jetzt klug und vorausschauend handeln. Und vor allen Dingen schnell. Ja klar, wie beim Klimaschutz. Kinder sind ja so naiv. Das ist doch eine völlig andere Situation. Natürlich ist die Klimakrise auch schlimm. Aber in dieser aktuellen Bedrohung, mein liebes Kind, da geht es doch ganz besonders und konkret um uns. Ältere? Ja, Humanität braucht klare Grenzen. Ich habe ja schon vor zwei Monaten an der griechischen Grenze für sichere Außengrenzen geworben. Und da war von Viren noch gar keine Rede. Aber jetzt in der aktuellen Situation sind wir natürlich alle in einer Grenzsituation beim Thema Viren. Aber das ist ja auch eine Chance für jeden von uns. So kann jeder zeigen, dass er nicht nur an sich selbst denkt. Wo ist denn bitteschön mein Ei? Eier waren aus. So, Essen ist fertig. Vorsicht Papa, Mama kommt als Peter Altmaier. Ich brauche auch eins. Wir haben meine Säcke in Amor. Ich brauche auch einen Kal고ier. Bis zum nächsten Mal.